Ove Schadauer alias Cerebellum, die Stimme des Zorns, heute mit der Frage, was ist ein krankes System? Ein krankes System ist für mich ein System, in dem Gesundheit ein profitables Geschäft ist, in dem Bildung ein profitables Geschäft ist, in dem Lebensmittelherstellung ein profitables Geschäft ist, in dem Sicherheit ein profitables Geschäft ist, in dem Krieg ein profitables Geschäft ist, Waffenexport ein profitables Geschäft ist, Politik ein profitables Geschäft ist, Medizin ein profitables Geschäft ist, Information ein profitables Geschäft ist, Menschenhandel ein profitables Geschäft ist, Rohstoffhandel ein profitables Geschäft ist, Massentierhaltung ein profitables Geschäft ist, Waffenexport ein profitables Geschäft ist, zweimal gesagt Gesundheit ein profitables Geschäft ist. Das ist ein krankes System, krankes System, kranke Wurzel, kranke Blätter, denkt mal drüber nach. Man muss die Systemfrage stellen in der heutigen Zeit. Das wird allerhöchste Zeit. Truschbar.